Jetzt schalten wir nach Nordrhein-Westfalen. Dort haben wir einen ganz speziellen Mitarbeiter und zwar an irgendeinem Kiosk in Köln steht Dennis aus Hürz. Hallo. Was kostet ein Haribo? Und was kostet Kitkat? Und was kostet Nikas? Achso. Bist du schon dran oder was? Guten Tag. Hallo. Guten Tag, Herr Raab. Wie geht es Ihnen? Danke. Hallo? Danke, gut. Guck mal, David. Der Raab hat einen Anzug an. Der sieht voll reich aus. So, wie sieht es aus mit den Punkten, Dennis? Man in white. Ja, achso, Punkte. Warte, ich hole raus. Seien Sie nicht so aggressiv. Guten Tag. Mein Name ist Dennis. Ich bin 21 Jahre alt und ich arbeite gerne mit Menschen. Und hier sind die Punkte. Ein Punkt nach Berlin. Missplanung. Zwei Punkte gehen nach Hessen. Okay, die Punkte geht. Drei Punkte gehen nach Mecklenburg-Vorpommern. Material. Vier Punkte gehen nach Sestwick-Holstein. Tonbandgerät. David, die ersten Tonbandgerät. Fünf Punkte gehen nach Rheinland-Pfalz. Jupiter Jonas. Ich schwöre, da steht er. Sechs Punkte gehen nach Baden-Württemberg. Max Mutzke. Sieben Punkte gehen nach Bayern. Der Hoeneß ist draußen. Andreas Bollrani. Acht Punkte gehen nach Sachsen-Anhalt. Tisi. So, jetzt wird es interessant. An der Stelle. Zehn Punkte gehen nach Nordrhein-Westfalen. An Maxim. Schönen Gruß. Und jetzt zwölf Punkte. Also die Gesamke. Die Gesamtzahl. Geh nach Bremen. Revolverheld. Die Otto.